Minecraft? Huch! Wollte ich gar nicht. Hallo? So. Hi mein Freund! Wie geht's dir so? Ich würde gerne einkaufen. Ähm... Wollen wir denn den Raketenwerfer? Da! Jawohl! Armeefarbton. Achso, da kann man nur die Farben wechseln. Genau, das war das hier. Äh... Lenkraketenwerfer. Gibt's sogar einen Kriegsbeil? Gibt's jetzt mittlerweile? Ach du Scheiße. Kaufen wir. Ein Hammer! Kaufen wir... Viele neue Sachen, die ich gar nicht so kenne von der Playstation 3 Version. Nun... Lalalalala... Lalalalalalalala Hallo Madame, wie geht's denn so? Oh Entschuldigung Oh Nein, wollte ich doch gar nicht, nein Nein, abbrechen Ja, ich will den Job nicht machen Jetzt bin ich aus Versehen ganz schnell Auf Job gekommen Wieso, was will denn die Polizei Jetzt von mir, ich hab gar nichts gemacht Warte, 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 warte Komm her Ja, ich Komm her Was war das, hallo? Seit wann fährt man so? Hier, Schneeball Schnee Die fährt mit dem Cabrio Mitten im Winter Natürlich Klar Guck mal, die Polizei ist da Die will mitmachen beim Schneeballschlacht Guck mal Juhu Ich bewerf die Polizei Hi Aua Hier, der ist schuld, der ist schuld Der ist schuld, geh weg Hey, komm nicht hin Das ist mein Name So Reflex Hi, Reflex 1926 Grüße, die kommt zur Let's Play Live Show Ja Zur Silvestergala Oh mein Gott Ich bin tot Gewesen So, Moment Just a moment Lass mich schauen Dum, 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 dum Ähm Achso, da kann ich ja Endlich mal das Kriegsball ausgraben Oder rausholen Das wollte ich gerne mal ausprobieren Funktioniert das ja auch Okay Was war das denn bitte Unzerstörbare Schilder La 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 Schönes Auto Der Herr Jetzt nicht mehr So So, jetzt hat's ne Beule Ist schon noch halb so viel wert Ja La 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 Aua Gibt's denn sowas? Bohohohohohoho Was war das denn bitte? Was tun sie? Komm mal hier Komm mal Oh nein, 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 nein Oh, das wollte ich gar nicht Nein Entschuldigung Wie er da liegt Als ob er eingefroren wäre Komm mal hier So Das ist die neue Klimaanlage Einfach nur, äh, äh Scheibe kaputt machen Alter, was ist mit dem Auto passiert? Was ist denn bitte schön mit dem Auto passiert Wo ich die Beule reingekloppt habe? Was ist das denn? Hey, was schießt denn da? Oh Dum 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 Ich warte immer noch auf ne Zombie-Mod für GTA Ha 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 Ja Bleib stehen Bleib stehen, Tante Bleib stehen, Tante Ich hab was für dich Komm mal hier Hm So. Ja, Prost. Ich hab nichts mehr zu trinken. Wir werden jetzt auch, glaube ich, erstmal ne Pause machen. Ich werd aber trotzdem nochmal einmal ein Tischfeuerchen... Tischfeuerwerk anmachen. Moment, just a moment. Jetzt knallt's wieder, Gizmo. Vorsicht, halt hier die Ohren zu. Ohren zu. Hui. So, was war drin? Gar nichts. Doch. Ein Frosch ist drin gewesen. Und ein Stier. Ich bin ja Stier. Oh. So, ich würd sagen, wir machen jetzt ne kleine Pause. Ja, wir haben ja jetzt schon fast ne Stunde gespielt. Und meine Güte, unglaublich. Äh, macht das ein Fun. Gleich noch weitere Emotionen bei GTA. Ja, und äh, äh, ja, weiteres Chaos stiften wir. Und mit dem schönen Ausblick würde ich mich erstmal in eine kleine Pause verabschieden. Und ihr solltet das auch tun. Pepe und Pupu Pause. Chips holt Pa... Chips hab ich noch gar nicht, seht ihr? Das kommt noch. Ähm... Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Oh Gott, der Tisch ist so voll hier. Ah. Achso, und übrigens hab ich auch noch hier so, so ganz lustig... So, jetzt aber. So, jetzt, jetzt. Mann, so ne Scheiße. Funktioniert nicht. Ne Investition für nichts. Mann. Ich hab so, so tolle, so, 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 äh, äh, so, so Aufreißbonbons oder wie man die schimpft. Weiß gar nicht, wie man die nennt. Oh, jetzt. Die funktionierten überhaupt nicht gerade. Toll. Und der Tisch ist einfach voll. So, Prost erstmal. Im Übrigen hab ich hier noch ne große Sektpulle. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man die knallen lassen soll. Müssen wir mal gucken. Oh. Mh. Im Übrigen. Um nochmal darauf zurückzukommen zu... Alter, ich zieh jetzt mal das... Alter. Oh, jetzt. Ah. De-de-de-de-de-de-de. So, just a moment. Huch. Da fällt mal alles runter. Wollen wir dieses Sakko ausziehen, ey. Oh, sexy. Ähm. So. Zu warm. Ähm. Im Übrigen, was wollt ich sagen? Genau, YouTube. Es wird ein Let's Play, ähm... Ja, Let's Play Together oder Let's Play Zusammenspielen. Ähm. GTA geben. Ja, das wird's geben. Wie gesagt, das ist jetzt noch ne... Ähm. Ne Version, die hab ich ausgeliehen von Alex. Und da wird's ein neues Let's Play zu geben. Ah, natürlich. Wir fahren mitten im Winter. Cabrio. Selbstverständlich. Ähm. Ähm. Ja, das wird's geben. Wie gesagt, Never Alone läuft ja momentan. Auch bin ich noch gar nicht dazu gekommen, eine neue Aufnahme, äh, äh, zu machen. Vom Never Alone. Ich glaub, die Folge 6 ist momentan die aktuellste. Ja, Let's Play Minecraft läuft ja so in der Season. Wenn euch das gefällt, könnt ihr ja gerne mal schreiben. Ihr könnt auch gerne mal ein paar Vorschläge machen. Ähm. Ähm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ähm. Prost. Ne, wie gesagt, das hab ich ja sowieso gesagt, dass, oder vor, dass, ähm, ein Let's Play GTA kommt. Und wir da gemeinsam halt, äh, ich mit ein paar Kumpels gemeinsam hier Spaß haben. In GTA haben wir ja Suho auch schon. Ich will aufsteigen. Aua. So. Mein Auto. Geh weg da. Mann. Wo fährst du denn mit mir hin? Was ist das, ein Puff hier oben? Ach, da wohnst du. Ah, okay. Genau, komm, gehen wir dich mal besuchen. So. Ich will mitkommen. Hallo. Höh. Oh. Ach so. Ja, vielleicht sollte ich erst mal klingeln. Man ist ja höflich. Man ist ja höflich und klingelt. Ist hier der Eingang? Ja, ich glaube schon. Apart mit Klingeln. Nee. D-d-d. Ja. Der DL-Mann kommt auf jeden Fall fre- Also, Freitag muss er kommen. Dann bleibt da gar nichts übrig. Ja. Dann wird definitiv, ja, Freitag. Freitag ist ja quasi die erste Sendung im neuen Jahr. Ja, die erste Let's Play Live Show Sendung im neuen Jahr. Dann werden wir natürlich wieder GTA spielen. Bis dahin werde ich es ja dann haben. Ah, jetzt. Ähm. Was ist denn das? Schick. Ja. Ich bin in der Garage. Ich weiß nicht warum. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Ist auch wieder so zweideutig. So. Ich muss den Fahrstuhl eben benutzen. Ähm. Mh. So. Oh, das ist aber ein schicker Weihnachtsbaum. Den gleichen hab ich auch. Die gab's wahrscheinlich im Dutzend Billig... Hier. So. Mh. Botanischen Garten hat er auch. So. Erstmal reinpinkeln. Und erst mal die Dame des Hauses beleidigen. Wer hat sie denn geschminkt? Stevie Wonder? Äh. So. Kann das sein, dass sie die Apartments ein bisschen abgeändert haben? Wollte ich gerade sagen. Die sahen ziemlich gleich aus alle damals. Ah, hier. Ah, verstehe. Okay. Ah, du bist so ein kleiner Charmeur hier. Bei fremden Leuten so in die Häuser reingucken. Äh. Ja, ja. Huch, warum geht denn da Licht aus? Ah, okay. Ist natürlich auch geil, dass sich hier der Tisch in dem Glas spiegelt. Und ich überhaupt nicht, so gut wie gar nichts sehe. Das ist doch sehr geil. Und der Tisch... Wie riesig dieser Tisch wirkt in dem Glas. Das ist unglaublich. Aber man sich selber sieht man sich nicht, natürlich. Wow. Was gibt denn hier bei dir zu essen? Aha. Viereckige, äh... Bananen. Milch hat er... Ich glaube, die Milch, die solltest du vielleicht mal in den Kühlschrank... Ach, guck mal, eine Kitchen-Maschine hat er auch stehen. Äh, übrigens Schleifwerbung. Entschuldigung. So, was haben wir hier stehen? Was ist das? Ein Grünsaft. Ich trinke den mal, ja? Ich weiß ja nicht, wie lange der hier schon steht. Ich vermute mal drei Wochen. Was hat er hier für eine Zeitung? Moment, mal eben kurz reingucken. What gave up, äh... What gave up, äh... Attacking... To save my sanity. Ja, so ein heimliches Porno-Heft. Sieht aus wie Kate Winslet da auf dem Bild. La, 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 la... Hör mal, du hast aber einen schlechten Empfang. Solltest mal den Techniker rufen. Oh, das ist nur der Kanal. Okay. Huch, ich wollte mich gar... Ah, okay. Ach, ja. Nein, das ist langweilig. Ich will wieder was machen. So. Ich will wieder was machen. Ich will wieder was tun. So. Hä, hä, hä. Bleib stehen. Oh. Oh. Nee, das ist gay. Nee. Nee, lass mal. Warte mal. Kann man sich da hinlegen? Ich glaub bei... Ich glaub bei... Ich glaub bei Dreier ging das. Den war fremd nicht, aber was ich selber. Wacht dich jetzt die Hose runterzulassen. Ich geh sofort. Ich gehe. Ich... Verlasse sofort das Apartment. Hallo? Was ist denn hier drin? Hier geht die Tür nicht offen. Folter-Studio. Hilfe, wo bin ich denn hier gelandet? Oh. So, ich geh mal ne Runde duschen. Mit Klamotten natürlich. Mach ich auch immer jeden Morgen. Prost. Lala 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 lala. Mein Gott, hab ich Beulen auf dem Rücken von dir. Hilfe, ich bin nackt. Also im Spiel. Lala 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 lala. Dumm 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 dumm. So, reicht. Muss reichen. Hast du auch Handtücher hier? Ah, ja. Okay. So, sauber geht's voran. So, erstmal hier auf Klo gehen. So, erstmal. Dann nimm mal in Ruhe einen Köttel lassen kann man hier. Ich glaube, unser Heinz hat Dünnpfiff. So. Wo sind wir? Was ist denn hier? Oh. Oh. Ein Tonstudio. So sieht das bei mir zu Hause auch aus. Mit zwei Bildschirmen. Nur ich hab nicht so viele Goldschallplatten an der Wand. So. Ratatatata, ja. Ratatatata, ja. So. Mach's gut. Schön da gewesen zu sein. Eclipse Towers heißt das hier auch noch. So was Angeberisches. So. Hey, mein Auto steht da noch. Cool. Also mein geklautes Auto. So. Magst du mitfahren? Wieso krieg ich denn jetzt schon zwei Sterne? Ich hab doch noch gar nichts getan. Warum? Ach, der möchte dieses Fahrzeug. Der Simon. Der möchte dieses Fahrzeug haben. Ja, super. Oh. So. Ja, geh weg. Mein Gott. Oh. La 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 la. Oh, Entschuldigung. Ich stand im Weg. Huch. Äh. So. Moment. Oh, ich hab ne ganz großartige Idee. Ich seh grad was auf der Karte. Okay, du hast den Wegpunkt gesetzt. Soll ich da mal hinfahren? Yeah. Hubschrauber ist immer gut. Wenn ich jetzt mal hier... Darf ich hier langfahren? Ja, ich glaub schon. Ich glaube, für mich ist die Straße da, wo ich fahr. Für mich ist die Straße da, wo ich fahr. Das reimt sich sogar. Okay. Äh. Moment. Moment, Jungs. Ja, ich... Ja, Moment, Moment, Moment. Moment. Ja, steigt ruhig aus. Ja, ja. Ja, ja. Macht's gut. Kauft euch ne Monatskarte. Alter, was wollt... Dieses Autofahren bei Schnee. Das geht so gut wie gar nicht. So. Äh. Palmen. Autos. Hilfe. Da war ein Hund. Huch. Das Auto lenkt noch nicht, weil sie in die Richtung, wo ich hin will. Das ist unglaublich. So, jetzt aber. So, Stößchen an alle. Ja. Mein Gott, unglaublich. So. Auf geht's. Ab zum Flughafen. Huch. Wlimm. Uah. Huch. Lalalalala. Wlimm. Ich hab mal ein bisschen Lust auf die Ego-Perspektive mal so auszuprobieren. Etwas länger jetzt mal. Wääääää. Wäääää. Vielleicht hätte ich das nicht während der Fahrt machen sollen. Wäääää. Nein, da will ich... Kann ich da rüberfahren? Okay. Es sieht zumindest... In der Ego-Perspektive sieht es zumindest danach aus. Da hätte ich es gekommen. Okay. Okay, bei mir funktioniert das mit den Sticks reindrücken. Mich irgendwie bei der Fahrt. Ich hab keine Ahnung warum. Der hubt dann nur. Und guckt nach hinten. Ähm. Ja, geh... Hallo! Hallo! Toll, jetzt klemme ich hier unter dieser scheiß Rolltreppe oder was auch immer das ist. Na super. Herzlichen Glückwunsch. So. Ähm. Ich glaube hier war die Schanze, ne? Oder war das... Oder kann man auch so rein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Genau. Da war noch irgendwas. Ich entsinne mich. Da war was. Wenn ich das überhaupt schaffe. Wenn die Polizei da nicht... Uah. Uah. Oh Gott. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Oh. So, Moment. Äh. Ich muss das Anlauf nehmen. Uah. Oh, die können aber auch nervig sein jetzt gerade mal eben. So. Jetzt muss ich aber auch die Rampe treffen, wenn ich sie jetzt mal sehe. Äh. Ja. 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 Äh. Ähm. Ja, das hat ja toll geklappt. Das hat ja super geklappt. Das hat ja echt super geklappt. Moment. Das probieren wir mal direkt nochmal aus. Das muss doch funktionieren. Das gibt's doch gar nicht. Das Auto fährt... Das... Ey. Ey. So. Jetzt aber auf geht's. Hä? Hä? Ja. 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 Äh. Weißt du was? Ich schnapp mir ein anderes Auto. Das ist so breit für mich. Ach, guck mal. Wie praktisch. Da hinten fährt schon eins. Hat sogar Lampen auf dem Dach. Bleib stehen. Bleib stehen. So. Raus da. Meins. Meins. So. Ich hab ein anderes. Uah. Da will ich nicht hin. Ey. Diese Autos. Sie lenken überhaupt nicht im Schnee. Das ist unglaublich. Uah. Wiii. Ich glaub das... Ja. Ich glaub das funktioniert. Oh. Monster Stunt fehlgeschlagen. Natürlich. Also ich bin drüben. Ja. Ja. Helikopter. Ja. Ich hab'm eigenen. Äh. Äh. Ich bin nicht so der perfekte Flieger. Ja. Ich. Äh. Hier. Kommst der Kapte. Hier. Kommst der Kap... Äh. Huch. Hallo. So. Ich glaub in echt wird das auch so aussehen bei mir. Ähm. Boah. Wird mich schlecht. Ich will das mal in der Ego-Perspektive... Äh. Sehen. Prost zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber es sieht schon toll aus. Muss man echt sagen. Also. Ah. Jetzt ja. Ha. Ich komme. Oh. 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 Ich seh dich gar nicht. Wo bist du denn? Ach. Über mir. Hallo. Oh. Oh. Entschuldigung. Du fliegst so gut wie du fährst. Ja. Hilfe. Hilfe. Gebt mir kein Helikopter oder kein Auto hier im Spiel. Es ist... Es ist... Ob ich das schaffe unter dem... Du... Zu fliegen. Nein. Ich schaff das nicht. Das war ja so klar. Das war so klar. Aber mein Helikopter, der qualmt schon. So. Das coole ist, ich höre gerade Backstreet Boys mit Everybody. Das passt gerade voll. Everybody. Yeah. Also wie gesagt, zum Thema Musik. Nicht wundern, dass hier die Musik aus ist. Das hat rechtliche Gründe. Weil wie gesagt, weil Twitch mir da sofort einen Riegel schieben würde. Weil die mir dann die Sounds komplett... Wenn ich es runterladen möchte, das Video hier vom Stream, machen die sofort auf stumm. Sofort. Also wegen den rechtlichen... Wegen der GEMA. Wegen der GEMA. So. Mir fliegen tut er schlimmer. Ja. Oh. Ähm. Also wenn einem noch nicht schlecht ist, dann ist es jetzt soweit. Ich weiß gar nicht. Ist es gerade Tag? Ist es Nacht? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wie schön, dass ich euch so viel sehe. Okay. 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 I believe I can fly. I believe I can touch.